Tadah! Dohl! Kommen Sie mal rein! Was ist los? Was? Was ist denn los? Kommen Sie mal rein! Was ist los? Was denn? Du bist wie die Pädohexe, ey! Mit deinem Look! Komm mal rein hier! Kleines Mädchen! Kommst du auf! Kleine Prinzessin! Okay! Hallo! Warte mal, kannst du es nochmal machen? Die Aufnahme lief noch nicht! Wieso? Du kannst nicht rasieren! Du bist einfach so unfassbar schöner Mann! Habe ich noch das gleiche Skin wie vorher? Warte mal! Bewege dich mal nicht! Oh nein! Warte mal! Ich siebel dir mal deine Schnäuze ab! Ja bitte! Du beweg dich nicht! Alter! Ich beweg mich doch gar nicht! Warte! 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 Jetzt ist der Kopf ab! Tut mir leid! Warte! Hier so? Kannst du dann vielleicht besser? Ja ja doch! So müsste es passen! Warte! Hä? Komm! Mach es mir! Ja! Rasier mir den Schnäuzer! Nee ich glaube du musst gerade gucken! So! So! Oh! Da fällt eine... Ist das alles? Oh tut mir leid! Ach Mensch Basti! Sind wir schon drin? Es läuft alle! Wir sind... Mann ist aber neblig jetzt hier! Hier! Der läuft zu dir! Was wo? Der läuft hinter dir! Oh Tatsache! Äh! Wo ist er jetzt? Hä? Er läuft um mich rum! Der will dich ärgern! Nee zu ernsthaft! Wieso? Warte bleibst du stehen! Nein nein nein! Hör auf! Das ist meiner jetzt! Hör auf! Hör auf damit! Hör auf damit Fred! Warte warte ich muss das abpassen! Nein! Nein! Das war mein... Das war... Ach komm! Komm in meine Arme! Komm! Das war mein Haustier! Ich kotze jetzt den Hals! Und jetzt... Wenn dir etwas überrascht... ...in dem da gibt, ...nachher會. Wer mögen du? Geost Busty! Hahaha! Didi! 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 Oh! Wenn du etwas überrascht... ...in dem da gibt, ...WHO Е�GONNA CALL... ...Ghost Busty! Was die? Der Icarus-Srank ist super, ich kann das nur empfehlen. Einfach allein schon wegen der kleinen hässlichen Kackflügel. Und wie es sich anhört so. Wie macht man das? Bitte? Wie macht man das? Einfach trinken, einfach trinken und dann Leertaste hämmern die ganze Zeit. Also zum Springen, dann werden die aktiv und dann einfach die ganze Zeit fliegen. Immer wieder aktivieren, aber noch mal, noch mal immer weiter draufhängen, ja, ich mach ja, ich mach ja. Macht nichts außer springen. Das ist seltsam, also ich bin geflogen oder nicht? Ja. Geht nicht. Nein! Da, da ist gegen, es ist, es ist ins Wasser, es ist ins Wasser. Das ist wirklich seelisch. Oh! Das ist irgendwie sehr schrecklich. Ja, 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 komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, du schaffst das! Ähm... Hahahaha! Hahahaha! Fak! Wo geht? Ist alles gut, alles gut? Alles gut, ja, ja. Sehr gut, sehr gut gemacht. Ja, das war schonmal auf jeden Fall. Das war fantastisch. Hast du noch 10 Sekunden? Ja, ja. Also 7. Fuuuuh! Hast du es echt da hoch geschafft? Ahhh, da hoch! Das war fantastisch, das war echt. Es klingt irgendwie so, als würde mir Luft entweichen. Fred, darf ich? Bitte lass mich! Was denn? Oh nein! Okay. Was hast du gemacht? Ich hab schon gedacht, er hätte dich komplett totgeschlagen. Du hocktest auf allen Vieren und da hat nur der Arsch hier aus dem Holzding rausgeguckt. Das war schön. Jetzt finden wir hier keine... Da ist ein Element! Halt, stopp! Zwei sogar, oh Gott! Jetzt aber ganz schnell hier mal... Oh Mann, ey! Oh Mann, ey! Ey, Mann! Ich wollte gerade sagen, jetzt schnell mal umwandeln! Nicht, dass ein Creeper kommt und uns die drei Herzen wegballert! Alter! Was? Was? Das eskalierte schnell. Ich! Stell dir gerade vor, das zeigt gegen sich. Wie er nach rechts zeigt! Hier, nimm Schwuppel, du! Nimm, nein, nein, nimm Schwuppel, du! Nimm den da hinten, den Horizont! Fuck! Oh, das ist ätzend! Ähm, ich hab die Dinge falsch ange... Und jetzt lachen sie! Oh mein Gott! Aber super, ey! Ja! Ja! Waaaah! Raja! Wie denn, wir sind...